Upsi! Hat keiner gesehen, Upsi! Wie heißen Sie? Ich heiße Hobbs. Wurden Sie Hobbs genommen bei der Namensfehlung? Sind Sie schon, oder bist du schon alt genug, um einen Roller zu fahren? Alt genug, um dir das zu zeigen, du alter Mann. Diesen 4M-Ausflug? Ja, ich muss los, tschüss! Ja, weißt du, wo ich die Waffe herkriege? Ah, genau deswegen, ich wollte dich suchen, warte mal. Ist das echte, oder sind das Softair-Waffen? Nein, das sind echte Waffen. Warum sind sie so nett zu mir? Keine Ahnung. Das ging aber easy. Ich habe einen Branding gefragt, ob er Waffen hat und der Typ gibt mir einfach den Beretter und eine doppeläufige Schrotflinte. Soll ich die Schrotflinte rausholen und so tun, als wäre die einfach abgegangen? Soll ich den Laptop gepackt machen? Oh, der Karl-Heinz. Oh, das ist süß. Und was machst du so, Karl-Heinz? Wenn Sie mich nochmal süß nennen, dann werde ich Sie anzeigen. Okay, ich habe nichts gesagt. Hallo! 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 Ich werde gerade entführt! Nein! Doch, doch! Der Herr hat mich gerade entführt! Ach, Sohnelein macht keinen Spaß, bitte. Machen wir mal bitte einen Personalausweis. Hä? Habe ich es gerade nicht gemacht! Hallo! Sehr gut! Oh, Pumuckl! Bist du der Pumuckl? Oh, ich habe daneben gemacht. Entschuldigung. Entschuldigung, der Herr. Ja, klar, der Sprucki. Ist das Ihr Auto? Ja. Sieht richtig scheiße aus. Bitte was? Hä? Wo sind denn denn seine Eltern? Ja, fürhört der Wortwahl drauf. Sorge mal. Was machst denn du überhaupt hier in der Werkstatt? Ja, Leute beleidigen die Kack-Autos, haben wie sie. Hä? Jetzt guck mal mit, ich muss die mal was fragen. Guck mal mit dem Onkel damit. Spärts hinein? Guck mal. Ja, richtig. Genau deswegen. Ich fahr' grad in Gurkenwasser baden. Ich kann nicht nach Käse riechen. Ja, sie riechen nach Gurkenkäse. Gurt... Was? Gurkenhüttenkäse? Ja doch. Sie riechen nach Kütten-Gurkenkäse. Ja, ja, ja. Hat sich das AMR schon gemeldet? Hey! Oha! Haben Sie das gesehen, Kollege? Das war über sechs Gramm.. Haben Sie ne Toilette? Oh, da oben ist Toilette… Kommen Sie mit, da oben ist Toilette. Kommen Sie her, da oben. Kommen Sie her. Kommen Sie here. Ich war da gerade. Ich hab' alles zugeschissen. Ich geh da oben hier Ich geh da raus Ich muss da raus Ich muss raus Oh nein, oh nein, oh nein Ich hab meinen den, der tust mich, ich muss den weg Ich muss den weg, oh nein, die schießen scharf Die schießen scharf, ich glaube, die wissen nicht, dass ich da drin sitze Die wissen nicht, dass da ein kleiner Junge drin sitze Ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht Ich war's nicht Aua, aua Du musst die Bremse ziehen Genau, und dann auf Start Aua, aua Au, 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 au Nee, die haben mich rausgeworfen Ich darf nicht mehr Das ist das übste Verpackung, ich sie glaube ich mal Die haben mich rausgeworfen Aua Ich kann nicht mehr Ich sag's nur, ich süsse Der ist genommen, aber er war lässig An kleine Kinderautos verschenkt Die 250 fahren Äh Pass auf, bitte, pass auf Aua Das reicht's, bleib mal kurz stehen Kann ich mit so'n scheiß Reh auch nen Juwelier stürmen? Ich mach keinen Fall, ich mach ne Waffe aus dem Kopf, oh Gott Ich hab keine Waffe H entirely H 68 H 79 H 90 H 79 若 H 79 H 50 H 60 H 66 H 77 60 H 30 90